Ja, ich bin fett. Und was bist du? Ein dummes Arschloch, der hier Scheiße bauen muss, weil er sich selbst zu Hause nicht durchsetzen kann bei seinen Eltern, bei seiner Familie oder bei seiner Freundin, die ihm jedes Mal auf die Fresse hat, wenn er nur die Fresse aufmacht? Wenigstens bin ich echt und kein Fake. Wenigstens traue ich mich, mich zu zeigen, anstatt jemandem auf die Eier zu gehen. Was? Schon den Stuff Halloween eingetütet? Was? Nein! Sieht man doch hinter mir, ist er doch auch an. Stoooooooooooooooooo Ich hab sogar noch mehr Stuff mittlerweile. Da können wir am Freitag sonst noch richtig loslegen. Halloween Schminke, ein Pinsel, noch mehr Schminke. Die hatten wir schon mal. Ähm, noch ein Pinsel. Schwarzer Lippenstift. Weiß, dieses Mal als Ölfarbe. Also als Ölbasis. Also wie die schwarz und die rot. Ein Kajal. Oder Kajal. Was für die Wimpern, wobei ich nicht weiß, ob ich das überhaupt brauche. Äh, nicht. Entschuldige Idee für Klöten. Das war's erstmal. Den Rest kennt ihr schon. Ich bin jetzt auch mal am überlegen, ob ich wieder Bogenschießen mache. Habe ich früher als Kind ja viel gemacht. Wobei man jetzt weniger richtig Bogenschießen denken kann. Jedenfalls bin ich auch am überlegen, ob ich das so mache. Und da kann ich auch schlecht hergehen und sagen, ja ich geh jetzt voll in den Club. Kauf mir gleich für ein paar hunderttausend Euro die Ausrüstung und so. Da geh ich halt auch erstmal eine Weile in einen Club und schau mich mal um. Schau, wie mir das gefällt und dann wird sich zeigen. Habe ich mir jetzt Bock auf einen Schmink-Stream. Verdammt. Habe ich vergessen. Ich wollte eigentlich mit euch das Video anschauen, das neue. Kann ich auf die App wechseln? Äh, was sagst du da? Schlöpflach, wie immer. So, ich will mal gucken, ob ich auf die App wechseln kann. Wenn nicht, bin ich gleich wieder online, falls ich jetzt rausfliege. Äh, kommt jetzt die App nochmal zur Porte hier? Leute, ich bin mal kurz offline. Ich schmeiß die App an und dann bin ich gleich wieder da. Ich glaube, die App startet nicht, wenn ich im Stream irgendwie bin. Äh, dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich, Leute. Also, äh, ich habe mir gedacht, wir gucken uns heute den, äh, wir gucken uns heute den, äh, das Video an, den Stream an. Gut. Wir legen das hier mal da rüber. Und jetzt muss ich, genau, wir legen das mal so. Äh, ihr habt Ton, oder? Also, ihr hört auch den Sound des Videos. Hoffe ich. Übrigens, ist euch was aufgefallen? Ah, ist übrigens Absicht. Kein Ton. Ihr habt keinen Ton. Äh, pfff. Geht's jetzt mit Ton? Ach, das ist doch beschissen. Warum geht das denn nicht? Ach so. Ich bin ein Vollidiot. Deswegen geht's nicht. Ich brauche gar keine Kopfhörer. Das geht ja gar nicht mit Kopfhörern. Aber ihr habt ja sowieso eine recht gute Musikqualität auch. Also, zum dritten Mal jetzt. Hoffentlich geht's jetzt. Ich find die Mucke dazu auch geil geworden. Na. Huh. 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 Dann schaut man kurz wohin, man sieht den, dann schaut er wieder weg. Was? Was? Ich find das immer saulustig. Huh. 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 Ich fand das so lustig. Einfach mal raus teleportiert. Weiß ich immer alle fragen, wo ich hin teleportier. Jetzt hab ich den mit dem Schnipsen weg teleportiert. Na. Ich bin richtig geil, Alter. Ich bin richtig episch. Vor allem schön im Booster drin, in das Bild. Ich find das so sau witzig, ey.